Hallo, Filmisch. Warum hörst du sowas? Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Vlog. Neuer Vlog? Unterwegs. Yusuf hatte gerade einen Termin. Ich habe gerade eine Stunde auf den gewartet. Ich hatte einen, ja genau. Ich guckte direkt mit rein. Ich habe eine Stunde gewartet. Was für ein Terminat? Ja, so. Ich hatte Kiefer-Utopäde. Kiefer-Utopäde. Ja. Alles okay? Ja. Bist du sicher? Ja, ja. Sehr gut. Hallo, Yusuf. Bruder, zeig euch jetzt, wie der trainiert. Es hat gerade geregnet. Es ist alles nass. Aber egal, der Yusuf trainiert jetzt. Der hat es nicht geschafft. Der hat es nicht geschafft. Der muss von dort dahin springen. Und ich habe vergessen zu filmen. Ey, es regnet, wir müssen gehen. Genug getrainiert für heute. Oi. Hallo, Amerika. Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Vlog. Das ist kein neuer Vlog, aber... Das ist kein neuer Vlog. Du sagst, jedes Mal, wenn du die Kamera in der Hand hast, sagst du neuer Vlog. Ja, jedes Mal war das richtig. Gib mal an die Kamera. Ist nicht richtig. Oh, warte. Wir brauchen ein bisschen Licht, Jungs. Sie müssen doch schon auch ein bisschen nicht achten. Okay. Ihr habt das Video gesehen von Mittwoch. Es muss jemand geschminkt werden. Aber, ich sag euch so wie es ist, ich werde nicht geschminkt. Ich werde auch nicht geschminkt. Du hast verloren. Nein, ich habe nicht verloren. Das ist ja die Sache. Das Ding ist, ich habe mich fast schminken lassen. Aber dann habe ich mir das Video angeschaut und habe das Video geschnitten und habe gesehen, dass das ein Prank war. Der schlechteste aus dem Video, wenn wir alle ehrlich sind, war... War, Bruder. Nein, du. Guck mal, du sagst in dem Video... Du weißt nicht, was Lippenstift ist. Ich habe Lippenstift gesagt. Nein. Du sagst Lippen... Wie heißt das aber? Das ist für die Lippen aber. Wie heißt das? Diese Farbe für die Lippen. Ja. Schau wie. Das ist für die Lippen. Aber... Was ist das? Der Lippenstift sah aber auch anders und es sah ganz anders aus. Und du? Du gar nicht hier so scheinheilig? Nein. Was sitzt du überhaupt vorne? Schlechter. Was sitzt du überhaupt vorne? Ja. Truduks müssen hinten. Lass uns alle drei schminken. Oh, da bin ich dabei. Es macht gar keinen Sinn, dass ich mich schminken lasse. Stell dir vor, ich sag vor dem Video zu Elif... Ey Elif, sag einfach, Bruder hat verloren. Egal wie scheiße ich bin. So, du machst alles richtig, ich mache alles falsch. Und Elif sagt am Ende, Burak hat verloren. Ich bin dafür, dass Burak geschminkt wird. Lass dich einfach schminken. Nein, Jungen. Lass dich einfach schminken. Du hast das Schlechteste. Du hast das Schlechteste. Du hast alles Schlechteste. Tö, tö, verlatt die Kalbe mir. Nein. Ich lösch das jetzt. Tö, tö, verlatt die Kalbe mir. Jetzt ist nur da. Du Hase, du bist so hässlich. Jetzt lösch das. Lösch dich. Tö, tö, verlatt die Kalbe mir. Ist der Mensch hier? Ja, ableh es sich. Daa was daah da was da. endangered Sie nicht, nur Schlechtes ist jung, sondern sie Sache. So was die. Wie tycker ich? Das ist sicher ja zwar dort unten. O glaube ich ja hier mal nicht. Da. Dieses ist die Leute, die Franz keeping gegeben. Ich sehe mich die Musik. Das auch manche an die Duan in Hau dann beri, bleb, bleb, bleb Bebe, bleb Keine Bebe, bleb, bleb Baba, jak Baba, jak Hadi, mir sigara, bah Zifini, belli, ki Kalbimi, züri, türi, 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 türi Hakim Bey Unumdum, hey, endem, beh Verde, beni, am, hey, endem, nah Kurtar, beni, sar, gun, nah ich fange jetzt an ich sage jetzt daumen und dann sage ich eine zahl und dann machst du entweder daumen hoch oder du machst gar nichts ok daumen zwei daumen drei daumen eins so jetzt habe ich gewonnen weil nur einer daumen hoch gemacht hat erklärt doch ich habe gesagt entweder hoch oder so lassen ja du checkst doch okay auf die zummer daumen zwei nein hast du nicht weil ich der einzige gewinnt daumen drei was jetzt ja man läuft rechts der junge läuft ohne jacke rum ich sage ihm der will unbedingt krank werden wir sind gerade zu dritt in der stadt muss was kaufen so wir mit tabak guld ich glaube wir gehen jetzt was essen ich sag ehrlich so darmstadt ist mit einer der hässlichsten städte ist wirklich hässlich also sind langweilig weißt du selten und so ok emma hat ne idee was wir jetzt machen ja und zwar ah opa oma kommt auch noch gleich willst du ihn auch kinderspielzeug holen wir gehen jetzt kurz so einfach eine kleinigkeit holen für die kleinen kids die kennt ihr auch für jacin und warte haut ihn doch mal kurz der redet der ist nicht gut du bist so streit hier jesu was willst du haben welche ich wurde die hier oh die jesuf hier jesu fasst nie wieder meinen arsch an jungen was darfst du ihm wir haben jetzt nichts geholt für die kleinen wir kommen irgendwann mit den zusammen mal da hin und die sollen sich dann selber was aussuchen weil da war ich weiß nicht da waren voll viele sachen und ich habe keine ahnung was was den gefällt und was nicht wir haben uns noch was zu essen geholt jesuf wir haben burgers geholt burger 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 aber lass schnell gehen ich muss essen burger es muss warm sein nach dem essen schminken ich nerv' nicht ich nerv' nicht guck mal wie ich aussehe wisst ihr was das heißt ich muss zum friseur und mich wieder fresh machen und ich zeige euch jetzt den besten friseur so ähm hallo ich würde gerne meine haare schneiden willst du meine haare wie ich meine haare will einmal bitte so ok mach ich kriegst du hin wird schwer aber ich mach ich Willi echt jetzt hast keine Angst wollten wir pracken mit dem weißt so zusammen ey ich hab den Juni geprakt heute morgen musst du mal sehen wie der war wach wach mach hör doch auf alle wuuuua wuuuua wuuu 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 du bist so eihrenlos ui 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 u u u u u. uu Ich wollte das einmal komplett mit Chinas wissen, einen selber machen. Ja, nein. Chinas hat das selber gemacht. Es ist authentisch. Du weißt, wie ich zusammenworte, gell? Ja, ja. Kriegst du hin, ne? Ja. Zwischenstand bis jetzt. Ich wollte gerade warten. Ey, ich war süß. 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 Ey, Junge, du warst reiten. Okay, ich war auch süß. Ja, ich war süß. Okay, jetzt war es doch. Ich kann es nicht. Oh, ich bin so süß. Also, Shampoo. Warum gibt es das so? Ey, das ist jetzt wackelig. Ey, diese Schokolade hat wirklich gut getan. Ich habe schon was gesagt. Die Schokolade? Ja. Diese Weihnachtsmannschokolade. Weißt du? Seitdem hat es so ein Geier bringt, wird es gut umgestützt. Ja, wow. Warum schneidet ihr heute Haare? Immer frische Seiten. Alle zwei Wochen muss. Ja, bei mir auch. Einfach zu lang geworden. Ja. Darf ich dich schmecken? Nicht? Ja. Also ich meine, ihr macht doch diesen Video so, wie wir nicht verschwinden. Kann ich dich schmecken? Nein. Mal gucken. Kompletten Make-up-Futurie. Wir haben einen Bowl gegessen. Hatten wir einen Bowl gegessen? Ja, zwei. Doch, zwei leckeres. Hallo. Zwei wirklich leckeres? Ja. Diese Milch hat nach nichts geschmeckt. Pflanzliche Milch. Zwei. Zwei. Futterlap und neutrine. obey mich!